Dieses zu erwerbende 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Nipsdorfer Grund-Rosberg. Das im Jahr 2000 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Balkon zwei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 366 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 140 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 189.000 Euro zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Mömmelt 세릎aus TXT Deine Sierra Geile Ktsch Ktsch Heading Ktsch Gel Vielen Dank.